Okay, heute ist es soweit. Endlich ist der Tag gekommen. Ich werde Jenny Locus einen Heiratsantrag machen. Und los geht's. Ich bin der böse Gerechtsvollzieher. Was sind Sie? Was wollen Sie? Das hast du alles zu bezahlen. Diese Rechnungen musst du bezahlen. Deinen Elf nehme ich gleich mit. Oh nein. Was machen Sie da? Gott sei Dank habe ich immer eine Scherebrille dabei. Was ist denn hier los? Seht ihr? Da bist du ja, da kann ich die gleich nehmen. Fassen Sie mich ja nicht an! Das ist nicht das Anfassen, was ich meine. Die Brille nehme ich als Pfand. Ich kann mich nicht wehren. Ich bin so hilflos. Langsam wird es lästig. Jetzt räum endlich den Sauhauf auf und geh kochen. Ich hab Hunger. Nein, bitte. Erschießen Sie mich nicht. Bist du schon erschossen worden? Warum bist du so gemein zu mir? Ach Gott. Heiraten Sie mich. Ja! Ich hab total versagt. Ich wollte eigentlich den Antrag machen, aber ich hab's nicht geschafft. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020